Es gibt wohl keinen Menschen, der nicht vor Beethovens Kunst und seiner Biografie höchste Achtung verspürt. Für viele Menschen ist er der Künstler schlechthin, der, ungeachtet aller Widrigkeiten, zu den höchsten Idealen strebt. Trotz seines Rufes als grimmiger, reizbarer Mensch muss beim Blick auf den Menschen Beethoven bemerkt werden, dass er ein umgängliches Wesen hatte und dank seiner Kunst- und Ausstrahlungskraft ein grosses Netzwerk von Menschen an sich binden konnte, die ihm manche Grobheit verzeihten. So ist die Mär des einsamen Künstlers nichts zutreffend. Einzig der Traum von Heirat und Familie blieb ihm verwehrt. Über den Menschen Beethoven kursieren viele Anekdoten und Hallwahrheiten. Wer war Ludwig van Beethoven wirklich und welche Menschen und Orte haben ihn geprägt? Eine biografische Annäherung an den Jahrhundertkünstler aus Deutschland. Ludwig verbrachte seine Kindheit und Jugend im rheinländischen Bonn, das damals zum Habsburger Reich gehörte. Sein Grossvater stammt aus dem belgischen Mechelen. Ihm verdankt Ludwig seinen klangvollen Namen, dessen mittleres Fan allerdings zu seinem späteren Leidwesen kein Adelsprädikat war, sondern sein Name heisst profan, so viel wie vom Rübengarten. Die Beethovens stammten aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Sein Grossvater war der erste Beethoven, der Künstler wurde, und der Weg führte den Belgier als Sänger an den Hof des Kurfürstenen in Bonn. Dort stieg er bis zum Kapellmeister auf. Obwohl Grossvater Ludwig starb, als sein berühmter Enkel erst drei war, verehrte dieser seinen Grossvater und er pflegte dem Porträt des Grossvaters bei allen seinen vielen Umzügen in Wien, stets in seiner Wohnung einen Ehrenplatz zuzuweisen. Dessen Sohn Johann wurde ebenfalls angestellter Musiker in Bonn. Er vermeldete sich mit Maria Magdalena, die aus einer Familie von bescheidenem Wohlstand stammte. Ihr Vater war höfischer Kücheninspektor. Die 24-Jährige war zuvor während kurzer Zeit verheiratet. Ihr Mann verstarb aber kurz nach der Hochzeit. Sonst ist von Ludwigs Mutter bis auf die Abstammung nicht viel bekannt, geschweige denn ein Bild. Ludwig kam in diesem Haus an der Bonn-Gasse zur Welt. Als Taufdatum ist der 27. Dezember 1870 verzeichnet. Das effektive Geburtsdatum ist unbekannt. Ludwig war das zweitgeborene Kind von total sechs Kindern. Drei Kinder sollten das Erwachsenenalter erleben. Zu diesen zwei jüngeren Brüdern Kaspar und Karl pflegte Ludwig Zeit seines Lebens ein enges Verhältnis. Als Ludwig fünf Jahre alt war, zogen die Beethovens in das geräumigere Haus in die Rheingasse um. Als professioneller Musiker erkannte Vater Johann das Talent seines Sohnes. In gewissen Quellen wird von gewalttätigen Übergriffen auf den kleinen Ludwig beim Musikunterricht berichtet. Verursacht vom Alkoholkonsum des Vaters. Wobei unklar ist, ob es sich dabei um regelmässige oder einzelne Vorfälle handelt. Auf jeden Fall war Johann weise und er gab die Ausbildung seines Sohnes in fremde, professionelle Hände. Die Massnahme zeigte Früchte und Ludwig durfte als Siebenjähriger zum ersten Mal sein Können am Klavier vor Publikum zeigen. Ludwig durfte sich glücklich schätzen. Sowohl sein Klavierlehrer Nefe wie auch sein spätere Violinlehrer Reicher waren hervorragende Musiker. Insbesondere der Unterricht bei Nefe, der selbst Komponist war, regte den jungen Ludwig an und er durfte als Zwölfjähriger sein erstes Werk publizieren. Beethoven verbrachte seine ersten 21 Jahre in Bonn. Viele Bekanntschaften und Verbindungen aus seiner Bonner Jahre hielten sein Leben lang und er konnte später viel von diesem Bonner Netzwerk profitieren. Zuallererst ist der Kurfürst Maximilian Franz zu nennen. Er war der jüngste Sprössling des Kaiserpaars und Bruder von mehreren Habsburger Regenten während Beethovens Wiener Zeit. Er war unheimlich musikbegeistert und verfügte über eine grosse Musikbibliothek. Darunter befanden sich viele Werke Mozarts, den er persönlich aus seiner Wiener Zeit gut kannte. Er war ein aufgeklärter und umsichtiger Regent. Als sogenannter Reformregent war er sogar bereit, die sogenannte Bonner Lesegesellschaft zu unterstützen. Es handelte sich dabei um eine Gruppe einflussreicher Bürger, die aus einem Kreis von früheren Mitgliedern der Illuminaten – einem geheimen verbotenen aufklärerischen Orden – entstanden war. Beethoven kam in seiner Jugendzeit mit vielen dieser Persönlichkeiten persönlich in Kontakt. Die bereits erwähnten Ries und Nefe waren seine wichtigsten Musiklehrer. Niklaus Simrock spielte im gleichen Orchester wie Ludwig Flöte und wurde mit der Beschaffung der Musikalien beauftragt. Er gründete in der Folge den Musikverlag Simrock und wurde in Beethovens Wiener Zeit zum wichtigsten Verleger der Musik Beethovens. Der Kopf dieser Illuminaten war Eologius Schneider, ein begabter und feuriger Redner, der an der Universität Bonn lehrte. Schneider übte grossen Einfluss auf den jungen Beethoven aus. Durch ihn und den Kreis der Illuminaten kam Beethoven mit den Idealen der französischen Revolution in Berührung und er wurde durch diese Menschen tief in seiner politischen Haltung geprägt. Auch Adlige waren Teil der Bonner Lesegesellschaft und der Graf von Waldstein wurde zu einem seiner wichtigsten frühen Förderer. Von seinen Bonner Freunden sind zuallererst die von Bräunings zu nennen. Hier, in diesem Haus, lernte Beethoven die herzliche Familie als junger Klavierlehrer der Kinder kennen. Und es verband ihn eine herzliche Beziehung zu Helene von Bräuning, die ihm in seiner Jugend als wichtige Mentorin beiseite stand. In diesem bildungsbürgerlichen Haus wurde gelesen, diskutiert und musiziert. Und Beethoven, der nur eine unzureichende schulische Bildung geniessen durfte, konnte hier vieles nachholen. Tochter Eleonore wurde zu seiner ersten Liebe und er hätte sie später gerne als Gefährtin nach Wien mitgenommen. Doch trotz Zuneigung war Eleonore nicht zu einer Beziehung bereit. Die gleichaltrigen Jugendfreunde Stefan von Bräuning, Franz Wegeler und Ferdinand Ries waren auch später in Wien über längere Zeit Gefährten Beethovens und unterstützten dort den Junggesellen Beethoven tagkräftig. Ries war mehrere Jahre Beethoven-Schüler und Assistent und schrieb später zusammen mit Bräuning eine wichtige Beethoven-Biografie, dem wir viele Anekdoten verdanken. Zu nennen ist auch der 20 Jahre ältere Johann Peter Solomon, der in London ein einflussreicher Impresario wurde und Haydn mit viel Geld in die englische Hauptstadt lockte. Er war es, der Beethoven später die Unterstützung Haydns arrangierte. So zeigt sich, dass Beethoven, trotz dem allseits bekannten Image als mürrischer Künstler, herzliche und tragfähige Beziehungen aufbauen konnte und Menschen als Freunde aussuchte, die seine hohen Ideale teilten. Dieses aufgeklärte Bonner Umfeld wurde zu einer prägenden Konstante in Beethovens jungen Leben, dessen Rolle für die Wiener Jahre nicht überschätzt werden kann. Der Kurfürst förderte Beethoven, wo er konnte. Bereits als 14-Jähriger erhielt Ludwig eine feste Anstellung als zweiter Organist, die mit stattlichen 150 Gulden besoldet war, was der Hälfte des Gehalts seines Vaters entsprach und ein schöner Zustupf für die Familie bedeutete. Weitere Förderung erhielt er durch den Violinunterricht von Anton Ries. Er wurde später Bratschist in der Hofkapelle und schrieb 15-Jährig seine ersten Werke für Streichinstrumente. Doch am meisten Aufsehen erregte Beethoven durch sein Improvisationstalent am Pianoforte. Und sein Lehrer Nefe publizierte in einem Fachmagazin über den 13-jährigen Beethoven, Dieses junge Genie verdient Unterstützung, dass er reisen könnte. Er würde gewiss ein zweiter Wolfgang Amadeus Mozart werden, wann er so fortschrittte, wie er angefangen. Der Kurfürst Maximilian teilte seine Einschätzung und er organisierte und finanzierte 1786 eine Reise nach Wien, wo er für Beethoven ein Treffen mit Mozart einfädelte. Ob Beethoven Mozart dort tatsächlich getroffen hat, ist nicht gesichert. Auf jeden Fall ist es nicht zu einem Unterricht gekommen. Möglicherweise stand das Zusammentreffen unter einem unguten Stern. Zum einen mag die musikalische Chemie nicht gepasst haben. Zwar bewunderte Beethoven Mozarts Musik, doch zu weit war das Rokoko-inspirierte, nuancierte Spiel Mozarts vom heissblütigen Stil Beethovens entfernt. Zudem befand sich Mozart in diesem Jahr 1786 in einer hektischen Phase zwischen Lenozi di Figaro und Don Giovanni und hatte vermutlich nicht den Kopf frei für einen wenig lukrativen Schüler aus der Provinz. So zog Beethoven ohne zählbare Resultate von Wien zurück ins heimische Bonn. Dort zurückgekehrt sollte sein Leben nun zwei dramatische Wendungen nehmen. Die erste Wendung betraf seine Familie, denn seine Rückkehr hatte eine traurige Note bekommen. Die Mutter lag im Sterben. Ihr Tod im Jahr 1787 bedeutete der Beginn eines traurigen Kapitels der Familiengeschichte. Sein Vater wurde haltlos und begann die Kontrolle über den schon erheblichen Alkoholkonsum zu verlieren. Rasch zerran das bescheidene Vermögen der Familie und schon zwei Jahre später wurde der Vater aus dem Hofdienst suspendiert. Wohl weisslich entschied der Regent, einen Teil der Rente Ludwig zur Familienfürsorge auszubezahlen, womit der 19-Jährige mit einem Schlag die Verantwortung für die Familie, inklusive Vater, übertragen wurde. Eine enorme Zusatzbelastung für den fürstlichen Angestellten Beethoven, der noch in Ausbildung war und der auf dem Weg war, eine Karriere auch als Komponist aufzubauen. Mittlerweile war Graf Ernst von Waldstein in sein Leben getreten. Und diese wurde in den letzten Bonner Jahren zum wichtigsten Förderer und Mäzen. Er erkannte instinktiv das Potenzial des 18-Jährigen und gab ihm sein erstes Auftragswerk auf. Ein Ritterballett. 1792 machte Beethoven eine weitere wichtige Begegnung. Und zwar machte der erwähnte Johann Peter Solomon in Bonn Zwischenhalt von seiner Reise von London. Im Schlepptau hatte er den damals grössten Komponisten Europas, Josef Haydn. Haydn, selbst Freimaurer, besuchte die Lesegesellschaft und Solomon organisierte ein Zusammentreffen mit Beethoven. Der 60-jährige Haydn war beeindruckt vom 22-Jährigen und war bereit, ihn als seinen Schüler in Wien aufzunehmen. Nun ging es schnell. Maximilian und der Graf Waldstein erklärten sich weitsichtig bereit, Ludwig über mehrere Jahre eine Rente auszubezahlen und ihm so die Möglichkeit zu geben, in Wien künstlerisch zu wachsen. Zum Abschied erstellten die Freunde ein Stammbuch, worin Waldstein die berühmten Worte schrieb, «Durch ununterbrochenen Fleiss erhalten sie Mozarts Geist aus Haydns Händen». Beethoven macht sich nun auf den Weg nach Wien. Wie geplant nahm er Unterricht bei Haydn und er beeindruckte die kunstsinnige Wiener Aristokratie als Klavierwirtose. Besonders seine Fähigkeit zur Improvisation erregte in den Abendgesellschaften der Adelshäuser Aufmerksamkeit. Beethoven war sich bewusst, dass er den Adel brauchte, um sich finanziell über Wasser zu halten und erschaffte es, rasch ein Netzwerk im höchsten Adel zu erarbeiten. Sein erster und bedeutendster Förderer und Mäzen seiner ersten Jahre war Fürst von Lichnowski, der zum Träger der Widmung von Beethovens Opus 1 wurde. Beethoven war für ihn zum richtigen Augenblick gekommen, denn kurz davor war sein Logenbruder Mozart gestorben, den Lichnowski als Mäzen unterstützt hatte. Lichnowski gebührte in der Musikgeschichte eine kuriose Stellung, als da er in seinem Leben gleich mit zwei Genies eine aufsehenerregende Auseinandersetzung hatte. Mit Mozart führte er einen spektakulären Prozess, um happige Schulden einzutreiben. Und mit Beethoven verbindet ihn eine der berühmtesten Anekdoten Beethovens, als es im Laufe der Jahre zu einer zunehmenden Erfremdung zwischen beiden gekommen war. Die Situation eskalierte bei einem Aufenthalt Beethovens auf Schloss Grätz, dem Sitz des Fürsten. Und zwar war er im August 1811 froh, für eine Zeit von den verhassten französischen Besatzern in Wien wegzukommen. Beethoven verbrachte zunächst idyllische Wochen auf dem Schloss. Doch eines Abends wünschte der Fürst, dass Beethoven für seine Besucher vorspielte. Bei den Besuchern handelte es sich allerdings um französische Offiziere und Beethoven weigerte sich, für die verhassten Besatzer zu spielen. Darauf kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Beethoven verliess das Schloss umgehend. Am nächsten Morgen soll der Fürst einen Brief erhalten haben, mit den berühmten Worten Der Fürst setzte seine Unterstützung aus und die langjährige Beziehung endete. Kommen wir zurück zu seinem Wiener Netzwerk. Der zweite wichtige Gönner war Fürst von Lobkowitz. Als er Beethoven kennenlernte, war er 20-jährig und musikverrückt. Er besass einen grossen Palais, wo er einen Saal für Konzerte eingerichtet hatte. Er gab Unsummen für Orchestermusiker aus und wurde zu einem grosszügigen Mäzen. In diesem Palais fand unter anderem die Uraufführung der dritten Symphonie statt. Lobkowitz' Bedeutung als Gönner wird illustriert, dass er Widmungsempfänger unter anderem der dritten, fünften und sechsten Symphonie war. Lobkowitz war zusammen mit Kinski und Erzherzog Rudolf auch mitverantwortlich für die Rente, die Beethoven in seinen letzten 20 Lebensjahren erhielt. Mehr davon später. Seine ersten Wiener Werke schrieb Beethoven für intime Formen wie Kammermusik oder Klavier. 1795 war es soweit und er trat mit seinem Klavierkonzert B-Dur erstmals als Pianist an die Wiener Öffentlichkeit. Der Durchbruch gelang ihm aber noch nicht. Er passierte erst kurz vor seinem 30. Lebensjahr, als er zuerst mit der Pathetik und dann mit der Mondscheinsonate die ersten Ohrmürme und Megahits der beginnenden Romantik schrieb. Familiär hatte sich in der Zwischenzeit vieles getan. Kurz nach Beethovens Ankunft in Wien war sein Vater gestorben. Wenig Jahre später siedelten seine beiden Brüder nach Wien über. Der eine, Nikolaus, studierte in Wien Pharmazie und wurde erfolgreicher Apotheker. Zuerst in Wien, später in Linz. Kaspar Karl liebäugelte zuerst mit dem Beruf als Musiker, beschloss dann aber doch eine Laufbahn als Beamter einzuschlagen. Er war im Finanzbereich tätig und begann später seinen berühmten Bruder bei der Vermarktung seiner Werke zu unterstützen. Beethoven schätzte die Unterstützung sehr, denn Karl war ein fordernder und hartnäckiger Verhandler und bald schon war er zur Freude von Bruder Ludwig bei allen Verlegern verhasst. Ludwig hatte zu beiden Brüdern ein herzliches Verhältnis und in beiden Fällen trübte just deren Heirat die Beziehung zu ihm. Der argewöhnliche Ludwig hatte von beiden Schwägerinnen eine äusserst schlechte Meinung. Bei seinem Bruder Nikolaus versuchte er in dessen Wohnort in Linz beim Bischof gar ein Verbot der Heirat zu erwirken. Was seinen Bruder nachvollziehbar nachhaltig irritierte. Im Falle seines Bruders Karl war das Verhältnis zur Schwägerin noch viel zerrütteter, was noch schwerwiegende Folgen haben sollte, davon später. Auch Bonner Freunde kamen nach Wien. Dank deren späteren Aufzeichnungen wissen wir viel über das Leben Beethovens. Bräuning stand ihm tatkräftig zur Seite und Beethoven war oft bei ihm zu Hause. Bräuning half ihm sogar bei seinem Fidelio zeitweise als Librettist aus und er meinte später, Beethoven sei eine wirkliche Anstrengung gewesen. 1802 hielt sich Beethoven zur Kur in Heiligenstadt auf. Bereits als 30-Jähriger machten sich häufige körperliche Beschwerden bemerkbar. Am meisten beschäftigte ihn aber die fortschreitenden Hörprobleme. Beethoven war sich bewusst, dass dieses Leiden ihn nicht nur in seiner künstlerischen Entwicklung beeinträchtigen würde, sondern sie auch zur gesellschaftlichen Isolation führen würde. In dieser tiefen Krise schrieb er einen testamentartigen, herzergreifenden Text über sein Leiden, seine Ängste, aber auch seinen Schluss, sich als Künstler allen Widrigkeiten zum Trotz zu behaupten. Möglicherweise gab es neben den körperlichen Problemen noch einen zweiten Ausleser für die Lebenskrise, nämlich die zerbrochene Beziehung zu einer Frau. Und zwar hatte sich Beethoven in eine Klavierschülerin verliebt. Wie später so oft machte sich Beethoven Hoffnung und schrieb in einem Brief an Wegeler schon über Heirat. Er widmete Giulietta Guicciardi sogar die Mondscheinsonate. Doch die Angebetete sagte nicht zu. Beethoven war erschüttert. Wegeler meinte in seinen Aufzeichnungen später lakonisch, dass Beethoven sehr häufig verliebt gewesen sei, aber meistens nur auf kurze Dauer. Tatsächlich, in den nächsten Jahren wechselten Beethovens Schwärmereien häufig. Die Liste der hier aufgeführten jungen Frauen ist denn auch nicht abschliessend. Doch aus seiner Korrespondenz ist die wachsende Verzweiflung herauszuspüren, dass er aufgrund des Standesunterschiedes, denn alle seine Schwärmereien stammten aus dem Adel, und aufgrund seiner fortschreitenden Ertaubung möglicherweise den Lebenstraum von Heirat und Familie aufgeben muss. Immer wieder glaubte Beethoven sich kurz vor dem Ziel. Bei der Beziehung zu seiner 22 Jahre jüngeren Klavierschülerin Therese Malfatti beispielsweise hatte Beethoven sich schon den für die Heirat notwendigen Taufschein besorgen lassen. Den traurigen Höhepunkt dieses jahrzehntelangen Dramas bildete der in seinem Nachlass gefundene Brief an die Unsterbliche Geliebte. Beethoven war 42-jährig, als er den berühmten dreiteiligen Brief in einem böhmischen Kurort verfasste. Um dieses bedeutsame Schriftstück ringen sich zwei unbeantwortete Fragen. Die erste Frage lautet, wieso das Schriftstück in Beethovens Nachlass gefunden wurde. Hat er ihn gar nicht abgeschickt oder wurde er ihm zurückgegeben? Die zweite Frage rankt sich um die Frage, wer die Adressatin war. Beethoven hat in diesen Jahren von vielen Frauen geschwärmt und die Forschung liest sich dazu wie ein Krimi. In die engere Auswahl sind beim heutigen Wissensstand zwei Frauen gekommen. Die eine Kandidatin ist Antonia Brentano, die sich in der Zeit, als Beethoven den Brief abfasste, sich ebenfalls in Böhmen aufgehalten hatte. Die Geschichte der zweiten Kandidatin hat einiges an Sprengkraft. Die gebürtige Ungarin Josefine von Daim, geborene Brunswick, war die vielleicht bedeutsamste, langanhaltende weibliche Konstante in seinem Erwachsenenleben. Der Verlauf der Beziehung war wie oft. Zuerst machte er seiner Klavierschülerin Avancen und sie heiratete einen anderen und gebar Kinder. Ihr Mann starb aber früh und Beethoven sah erneut seine Chance. Er war ihr Klavierlehrer geblieben und hatte so einen engen Kontakt gehalten. Doch trotz vermutlich starker Gefühle kam für Josefine die Beziehung mit dem Komponisten nicht in Frage, da sie dann ihren Adelstand verloren hätte und, noch schlimmer, auch das Sorgerecht für ihre Kinder. Die Beziehung blieb bestehen und man vermutet, dass es sich über längere Zeit um mehr als nur Freundschaft gehandelt hat. Interessanterweise hatte Josefine in zwei Fällen unerhehlige Kinder. Beide mal von Privatlehrern, die im Hause Brunswick unterrichteten. Da Beethoven sie unterrichtete, ist nicht auszuschliessen, dass Josefine ein Kind von Beethoven hatte. Denn eine Kandidatin gibt es. 1813, ziemlich genau neun Monate nach der Verfassung des Briefes an die unsterbliche Geliebte, brachte Josefine Theresia Cornelia zur Welt. Von Josefine nur Minona genannt. Minona heisst rückwärts anonym. Und ein Bild aus Theresia Cornelias späten Jahren zeigt eine auffällige Ähnlichkeit zu einem gewissen Ludwig van Beethoven. Bewiesen ist es aber nicht. Kommen wir wieder zurück in das Jahr des Heiligen Städter Testaments. Was auf dieses Ereignis folgte, kann mit keinem anderen Wort als dem eines Schaffensrauschs beschrieben werden. Das Jahr 1804 bedeutete einen Wendepunkt im Schaffen Beethovens. Er löste sich mit einer gewaltigen Eruption aus der Lebenskrise und schrieb die Waldstein-Sonate, die mit ihrem rasenden Puls einen Wendepunkt in der Klaviermusik schuf. Kurz darauf spielte sich im Palais des Fürsten Dobkowitz eine musikalische Revolution ab. In einem Privatkonzert vor handverlesenem Publikum ertönte zum ersten Mal die Eroica, seine dritte Sinfonie. Jeder Mann im Raum erkannte, dass Beethoven mit diesem Werk in der Musikgeschichte eine neue Tür aufgestossen hatte. Das Werk beginnt mit den zwei berühmten Forteschlägen, die buchstäblich ein Jahrhundert Musikgeschichte hinweg zu fegen scheinen und zu Kühnheiten führen, die bis anhin unerhört waren. Mit der Eroica outete sich Beethoven auch als politischer Revolutionär. Das zeigt die Tatsache, dass Beethoven das Werk ursprünglich dem Umstürzler Napoleon gewidmet hatte und er es groteskerweise von einem hohen Mitglied des Wiener Adels finanzieren liess, dem erklärten politischen Feind Napoleons. Doch als Napoleon sich kurz darauf selber zum Kaiser krönte und so Beethoven aller Illusionen beraubte, radierte Beethoven kurzerhand in heiliger Wut die Widmung aus, wovon noch heute das berühmte Loch in der ersten Seite des Autografen zeugt. Was folgte, waren seine goldenen Jahre. Schlag auf Schlag folgte Meisterwerk auf Meisterwerk. Mit jedem dieser Werke erschuf Beethoven etwas Neues. Nie blieb er stehen, stets strebte er nach höchsten Massstäben. Vielleicht waren diese fünf Jahre die glorreiste kompositorische Periode, die ein Komponist der klassischen Musik je hatte. 1812 wurde Beethoven eine Lebendmaske abgenommen. Der Prozess der Erstellung war äusserst unangenehm. Ihm wurde flüssiger, nur langsam anziehender Gips auf das Gesicht aufgetragen, währenddem ihm Federkiele aus Nase und Mund ragten, um ihm das Atmen zu ermöglichen. Beim ersten Versuch riss er die Maske panisch weg, aber der zweite Versuch klappte. Es blieb ein finsterer Gesichtsausdruck, der für immer das Beethoven-Bild der nachfolgenden Generationen prägte. Tatsächlich erkennen wir aus den Schilderungen seiner Zeitgenossen einen aufbrausenden Charakter, der aber auch liebenswert und humorvoll sein konnte. Immer wieder Gegenstand von Berichten war der Zustand seiner Behausungen. Das Chaos in seinen Wohnungen muss beeindruckend gewesen sein. Ab dem 40. Lebensjahr häuften sich Berichte von Besuchern, die von Wasserlachen, einem staubigen Flügel und sogar nicht geleerten Nachttöpfen berichteten. Entsprechend war der Umsatz an Hausbediensteten enorm, die jeweils nach kurzer Dienstzeit dem Chaos und der Kontrollwut Beethovens empflohen. Beethoven war sich seines Temperaments bewusst und wusste, dass er bisweilen seine Freunde verletzte und vor eine schwere Probe stellte. Er war aber auch zur versöhnlichen Geste bereit. Zu seiner Entlastung muss vorgebracht werden, dass ihn die vielen körperlichen Probleme belasteten und dass ein beträchtlicher Anteil der zwischenmenschlichen Probleme seinem Gehörleiden geschuldet waren, welches ihm bisweilen verunmöglichte, den richtigen Ton zu treffen. Mit dem Jahr 1811 begann sich ein Gewitter über Beethoven zusammenzubrauen. Und es begannen acht schwere Jahre. Den Anfang machte der Zusammenbruch der habsburgischen Währung aufgrund der finanziellen Belastung des Krieges gegen Napoleon. Dadurch verlor Beethovens Rente massiv an Wert. Dies wog umso mehr, als seine Hörprobleme seine Auftrittsmöglichkeiten immer mehr einschränkten. Man muss sie vor Augen halten, dass zu dieser Zeit die Komponisten ihre Werke nur ein einziges Mal verkaufen konnten und keine weiteren Verwertungsrechte mehr besassen. In der Praxis waren die Komponisten somit auf die Einkünften aus Konzerten angewiesen. Doch Beethoven musste so circa ab seinem 40. Lebensjahr die Konzerttätigkeit praktisch ganz einstellen. Die schwierigste Zeit kam im Hungerjahr 1816, dem sogenannten Jahr ohne Sommer, als es wegen des Vulkanausbruchs in Indonesien während acht Monaten nur 30 regenfreie Tage gab und die unreife Ernte auf dem Feld verfaulte und das Land in eine gigantische Krise warf. Beethoven ging es nun wie allen Wienern. Seine ökonomische Situation verschlechterte sich rapide und ab seinem 45. Lebensjahr musste er sich vor einem Alter in Armut fürchten. Auch familiär lief die Situation aus dem Ruder. 1815 starb Bruder Kaspar und hinterliess eine Witwe und den Sohn Karl. In Karl fand Beethoven nun den Sohn, den er nie haben durfte. Und er begann mit der verhassten Schwägerin eine langjährige Auseinandersetzung um das Sorgerecht und zog wiederholt vor Gericht. Er verrammte sich in seiner heiligen Wut völlig und diffamierte sie vor Gericht sogar als Hure, nur um das Sorgerecht zu bekommen. Karl wohnte sogar einige Zeit bei Beethoven, was aber nicht funktionierte, da der chaotische Beethoven Kaspar alles vorschreiben wollte. Bald flüchtete Kaspar zur Mutter und Beethoven erwirkte, dass Kaspar in ein renommiertes Internat platziert wurde. Die Streitigkeiten zogen sich über viele Jahre hin und sie belasteten Beethoven sehr. Auch das Gehörleiden verschlimmerte sich. Von etwa 1813 an verwendete Beethoven Hörrohre, um mit seiner Umgebung zu kommunizieren und ab 1818 konnte er sich nur noch schriftlich unterhalten. Zu diesem Zweck besass er sogenannte Konversationshefte, in die seine Gesprächspartner ihre Wortmeldungen eintragen konnten. Und sie wurden zu wichtigen Quellen über den Beethoven der späten Jahre. Vieles betraf alltägliche Dinge. Er verwendete sie aber auch als Erinnerungshilfen und man konnte so beispielsweise seine medizinische Behandlung detailliert nachvollziehen. Typhus, Gelbsucht und ständige Koliken vergelten Beethoven das Leben. Entsprechend gross war die Zahl der konsultierten Ärzte sowie angefangenen Therapien, Medikamente und Kuren. In neuer Zeit wurden wiederholt Haarproben analysiert und ein bedeutender Anteil der Probleme wird mit einer Bleivergiftung in Verbindung gebracht. Blei befand sich damals in vielen Lebensmitteln, insbesondere im Wein, dem Beethoven beträchtlich zusprach. In dieser Zeit fand Beethoven wenig Musse fürs Komponieren. Das wichtigste Werk aus dieser Zeit ist die Missa Solemnis, die Beethoven allerdings zu seinen gelungensten Kompositionen zählte. Gegen 1820 konnte Beethoven wieder etwas durchatmen. Er bekam das gerichtliche Vormundschaftsrecht über seinen Neffen und diese verbrachte den Rest seiner Jugend in einem Internat. Auch finanziell entspannte sich die Situation wieder. Einzig die unablässigen, gesundheitlichen Probleme blieben Beethoven erhalten. Am bemerkenswertesten ist, dass die praktisch vollständige Ertaubung nicht verhinderte, dass Beethoven sein Alterswerk mit einer erstaunlichen Innovationskraft krönte. Mit der 9. Sinfonie erfand Beethoven die Gattung neu und von nun an wurde jeder vielversprechende Komponist, der eine Sinfonie komponieren sollte, an diesem Werk gemessen. Auch im Klavier-Oeuvre stiessen die letzten drei Sonaten neue Türen auf. Und man ist erstaunt, dass zum Zeitpunkt der Komposition Haydn erst etwas mehr als zehn Jahre zuvor gestorben war. Besonders berührend ist die grandiose Arietta der letzten dieser drei Sonaten, die eine wunderbare Melancholie in sich trägt und schon fünf Jahre vor seinem Tod eine verklärte Abschiedsstimmung in sich trägt. In seinen letzten Jahren wurde Beethoven von Leberproblemen, Gelbsucht, Wasseransammlungen, Lungenentzündungen usw. geradezu gepeinigt, sodass er im Jahr 1827 nach zweitägigem Todeskampf erlöst wurde. 20'000 Personen säumten den Transport des Sargs von seiner Wohnung im Schwarz-Spanier-Haus zum Währinger Friedhof. 1888 wurde der Leichnam umgebettet und fand ein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof neben dem Ehrengrab Mozarts. 208 Jahrzehnte Und dem den Ab posso erlöst damit undlayt das Abgift Monet 208 Jahrzehnte Kurve Himmat